Hallo meine lieben Freunde, geht mein Mikrofon? Ja, mein Mikrofon geht. Boah, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterverse Plus. Mann, das in der letzten Folge hat mich total abgefuckt. Ich muss einmal ein Spiel klicken, nicht, dass ich das wieder vergesse. Und, oh, es hat mich so abgefuckt, Mann. Das war echt doof. Alter. So viele Items, so viel Stuff in den Boxen, in den Kisten. Wir müssen nichts mehr einsammeln, wir haben genug. Lassen wir einfach alles liegen. Aber wir haben, haben wir Restock eigentlich noch? Ja, haben wir noch, nice. Okay, wir gucken in den Shop. Shop, 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 wo bist du? Außerdem müssen wir noch den Itemraum finden. Wir haben dort die Longlegs, cool. Hi, äh, Map. Hallo Leitern, haben wir euch nicht schon aufgehoben? Ich glaube schon. Ja, unser Trinket ist wieder da. Haben wir immer noch das Trinket, was uns, ja, was uns Doppeldrop gibt? Äh, gibt, ja, sehr gut. Haben wir noch. Ähm. Bibel heben wir auch einmal auf. Blue Map haben wir auch schon wieder, okay. Quicker Charts ist auch nett. Ja, more options. Extra Kartenraum. Stores Energy. Kartoffelschäler. PHD. Spider Mod. Mythre. Habit. Und nochmal mal das Bottle of Pills. Was haben wir bekommen? Achso, wir bekommen nur noch Karten. Okay. Strengths. Und Magician. Und was haben wir hier? Tower. Und dann nehmen wir Tower und Strengths mit. Und das hier bitte. Außerdem will ich hier noch schnell das auschecken. Nice. Gegner. Wow. Ich bin begeistert. Und. Ja. Okay. Tschüss. Instead, ey. The Moon. The Moon und Pool. Okay. The Moon und Pool. Äh. Wir nehmen mal Moon mit. Moon ist immer gut. Außerdem brauche ich noch ein bisschen Geld. Danke. Das reicht schon. Haha. Los. Herzen brauche ich eigentlich nicht. Gucken wir mal hier rein. Uh. Uh. Der Monstrous Lunge mit Triple Shot. Bringt das was? Ich weiß es nicht. Wäre ganz cool. Ich will nämlich gerne BFF haben. Wir haben BFF schon. Gehen wir denn jetzt noch größer? Ne. Schade. Oh Alter. Das wäre geil gewesen. Das wäre richtig geil. Gut. Dann checken wir noch kurz den Geheimraum. Super Geheimraum aus. Gegner? Keine Gegner. Schade. Okay. Dann machen wir das so. Einsetzen. Einsetzen. Ich will mein Curved Horn wieder haben. Gib mir Curved Horn. Batterie. Nein. Keine Batterie. Schade. Treubombe. Okay. Nein. Oh Gott. Hallo Widow. Tschüss Widow. Wir kriegen jetzt auch zwei Items. Natürlich nehmen wir den Magic Washroom mit. Ha. Das bringt uns aber auch eigentlich einfach gar nichts. Ah. Wir hätten gerade noch den Kartoffelschäler einsetzt. Setzen können. Obwohl nein. Eigentlich ist es unnötig. Weil. Unser Herzchen können wir gerne im Devil-Deal opfern. Was haben wir hier? Ein Trinket. Yeah. Geil. Hallo Pin. Tschüss Pin. Tschüss ihr Ganzen. Äh. Nein. Und nein. Das würde ich behalten. Danke. Schnell einen Raum aufladen. Danke. Und die Batterie einsetzen. Mitnehmen meine ich. Was bekommen wir? Nein. Und. Nein. Mensch. Ich bin ins Kinders. Kommt schon. Ich bin ins Feuer gelaufen. Egal. Zweimal Schaden bekommen. Oh. Der Wurm erhöht auch unsere Range. Aber egal. High Priest. Okay. So. Zack. Was haben wir hier? Tour of Diamonds. Sehr geil. Und Emperor. Äh. Nehmen wir mal Moon und Tour of Diamonds mit. Nein. Magician. Tour of Diamonds. Ah. Das brauche ich nicht. Magician. Tour of Diamonds. Alles klar. Schub der Wupp. Einmal mitnehmen. Und. So. Tour of Diamonds. Damit wir die Blankard vielleicht kriegen. In diesem Run. Da ist es schon wieder. Was ist? Können wir nicht aussammeln. Weil wir es schon einmal haben. Okay. Oh. Schade. Das wäre geil gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Äh. Die Batterie machen wir jetzt nicht. Schon wieder Magician. Money equals power. Ist geil. Money equals power. Heißt es. Nicht money equals power. Emperor. Nein. Gegner? Nein. Mann. Komm. Noch zwei Räume einmal machen bitte. Mit Gegnern. Danke. Okay. Was haben wir hier? Uh. Noch mehr Geld. So. Die Slot Machine. Erstmal ein bisschen was kaufen. Zack. Half Mind. Ja. Half Mind. Geil. Placebo. Placebo brauchen wir tatsächlich nicht. Aua. Okay. Einsetzen. Kein Kerftorn. Immer noch kein Kerftorn. Schon wieder Cancer. Oh schade, dass man nicht zweimal Cancer mitnehmen kann. Ey. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Und. Immer noch kein Kerftorn. Mann. Gebt mir Kerftorn. Nein. Danke. Ich habe übrigens, ähm, nochmal nachgeguckt. Ich habe. Ich nehme das mit. Äh. Bei Hush habe ich außerdem ein anderes Trinket mitgenommen. Wie es aussieht, bekommen wir jetzt Angel Deals. Möglicherweise. Jetzt haben wir hier. Eine Batterie. Okay. Dann mache ich das mal so. Setz einmal ein. Nein. Und. Immer noch nicht. Oh Mann. Äh. Ja. Alles richtig dabei. Richtig. Äh. Bei Hush habe ich im Itemraum das Trinket aus Versehen mitgenommen. Und dadurch habe ich mein Kerftorn verloren. Ich müsste doof. Aber was soll's. Ach ja. Fliegen werden ja dadurch, dass wir. Uh. Joker. Gleich einsetzen. Devil Deal. Aber. Okay. Schon wieder Gabi's Collar. Okay. Nett. Haben wir noch mehr Leben? Kann ich mit Leben? Ha. Ja. Ah. Okay. Wir brauchen ziemlich lange zum Aufladen. Komm. Einen Raum brauche ich noch. Danke. Ach komm. Nice. Zack. Immer noch kein Kerftorn. Immer noch kein Kerftorn. Gib mir Kerftorn. War hier irgendein. Nein. Nein. Okay. Oh, hier kann irgendwie der Itemraum glaube ich sein, oder? Nee, gar nicht. Kann er nicht. Wir müssen hier. Hä? Okay. Hier vielleicht? Hier ist ein Kampfraum. Das ist cool. Säckle mit einer Batterie. Schön. Wir brauchen mehr Geld, ne? Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen halt Tour of Diamonds. Judgment. Zweimal einsetzen. Sprengen. Nicht geben. Geld wiederbekommen. Schöne Sache. Noch eine Batterie. Zweimal einsetzen. Und dass wir vielleicht irgendwie demnächst mal Kerftorn bekommen. Immer noch nicht. Komm schon. Wieso nehme ich eigentlich die ganzen Seelenherzen nicht mit, die mir gedroppt werden? Strengths brauche ich immer noch nicht. Ich nehme Edition mit. Zack. Ähm... Hier unten wird der Shop sein. Und der Itemraum. Okay, schön. Äh, Shop. Wir können rerollen. Das ist natürlich das Geilste, was uns gerade passieren kann. Okay, wir brauchen... Habe ich die Blankard schon freigeschalten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Oh, das nehme ich mit. Komm. Noch mehr Säcke. Wir haben das Item noch. Wir haben das Item noch. Nochmal Restock. Nice. Zur Sicherheit. Okay. Hierophant. Okay, schön. Äh, Magician. Nein. Ace of Clubs. Okay, doch. Magician war richtig. Nehme ich das nochmal mit? Das duplizieren wir nämlich jetzt. Items. Alle Items. Können jetzt einmal das hier mitnehmen. Und aufladen. Okay. Left Hand lege ich gleich wieder ab. Cancer und Lucky Toe. Genau. Da ist es. Kerft one. So und so. Gut. Wir könnten jetzt auch gerne unser Trinket weggeben. Crack the Sky. Ja. Ich meine unser Dings-Item. Im Cancer und Kerft one. Klar werden unsere Trinket-Effekte verdoppelt. Aber so krass ist es jetzt nicht. Okay. Bei Cancer lohnt es sich eigentlich schon. Aber im Rest halt nicht unbedingt. Ähm. Ich will meine Magician-Karte wieder mitnehmen. Danke. Noch eine Batterie. Wir haben Crack the Sky. Einsetzen. Hohoho. Nehmen Ball of Bandages mit. Hier waren wir schon drin. Genau. Und gehen weiter. Okay. Wir dürfen jetzt nicht mehr so lange. Äh. 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 So unnötig Zeit verplampern. Das öffnen wir. Bobo. Äh. Bomb-Bagger. Äh. Bomb-Bag. Ist schön. Und einmal einsetzen. Wir haben schon wieder Curse of the Unknown. Ne? Schon wieder sehen wir nicht wie viel Herzen wir haben. Habe ich die Blank-Card freigeschalten? Ich bin der Meinung ich habe sie freigeschalten. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Dann können wir einen übelsten Game-Break einfach machen. Das wäre so geil. Äh. Aua. Einfach rein und einsetzen. Sogar alles getroffen. Schön. Geld. Nehme ich mit. Okay. Das brauche ich nicht. Komm. Warum öffne ich das eigentlich alles? Ich brauche nichts mehr. Wir haben so viele Schlüssel und alles. Oh Mann. Aua. Es kriegt so viel Schaden, oder? Einfach alles mitnehmen. Für Geld. Für das Geld. Magician, Magician und Hermit. Und Jera. Jera und Tour of Diamonds. Oh mein Gott. Ist das geil. Das ist eine gute Kombi. Das ist eine gute Kombi. Das ist eine gute Kombi. Wenn wir jetzt halt die Blankard finden würden. Das wäre so geil. Blankard bitte. Gib mir die Blankard. Wenn ich sie schon freigeschalten habe. Aber ich bin der Meinung, ja, Hallo Mams Parfüm. Das brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt, aber wir nehmen es mit. Das ist dann einsetzen. Wir haben so eine scheiß Fire Raid. So eine übelst dreckige Fire Raid, ey. Emperor, okay. Ich muss eigentlich keine Trinkets oder so. Äh, keine Items mehr mitnehmen. Keine... Dings Items. Hatten wir das Item nicht schon? Ne, das habe ich weggerollt, ne? Okay. Wir ignorieren jetzt alles. Wir machen Speedrun. Zack. Äh, ich nehme dich mit. Was auch immer du bringst. Äh, hier brauche ich eigentlich nichts. Aber wir spielen dann ihm hier. Okay, er gibt uns ein Item. Schön. Darauf habe ich gerade gekauft. Zack. Äh, mehr Items halt, ne? Mehr Items halt. Ich weiß halt nicht, wie viele Herzen ich noch habe, weil ich ja so viel Schaden genommen habe. Nein. Nein. Geht weg. Ich habe Angst vor euch, Alter. Hankman, geil. Okay, wir haben wieder genug Herzen eigentlich. Oder? Ich glaube schon. Ja, geht so. Wir haben echt wenig Herzen, Alter. Wir haben echt wenig Herzen. Okay. Den kann Frau machen. Ja, den machen wir. Wir brauchen schließlich das Geld. Wir brauchen schließlich das Geld. Wir waren jung und brauchten das Geld, okay? Das hat aber lange gedauert, bis die Hand runterkam, Alter. Das hat lange gedauert. So, das alles mitnehmen. Was ist das? Moon, okay. Zack. Hallo, Spinne. Tschüss, Spinne. Okay, was Herzen angeht, sind wir wieder sicher. So viel Geld. Ich kann nicht aufhören, dass... Oh, die Säcke sind halt so... Run zerstörend, sag ich mal. Speedrun zerstörend. Äh, ja, komm, nehmen wir mit. Wovon habe ich gerade Schaden bekommen? Ha, egal. Nochmal Joker. Oh, das sagt gut, ne? Das sagt echt gut. Äh, wir legen es mal ab kurz alles. Machen wir es so. Gerran einmal. Dann nehmen wir Two of Diamonds mit und setzen das Ei. Dann nehmen wir nochmal Two of Diamonds mit und Joker. Oh, Kacke. Wie komme ich jetzt hier raus? So, zack. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich genug Geld. Hier ist nichts, okay. Ich muss mich beeilen. Beziehungsweise, na gut, ich muss mich nicht mehr beeilen. Meine ganzen fliegen Regeln einfach, Alter. Meine ganzen fliegen Regeln einfach. Wieso gehe ich hier runter? Ich weiß, dass hier nichts ist. Ich will wissen, ist hier der Shop oder der Itemraum? Vielleicht sogar der Boss. Der Boss? Okay. Hallo, Brownie. Tschüss, Brownie. Äh, wir nehmen das Krönchen mit. Damit wir gleich wieder Geld haben, nachdem wir shoppen waren. So viele items hier, Alter. Das blaue Herzchen nehme ich mit. Die ganzen Säcke müsste ich eigentlich wieder öffnen, damit wir noch mehr rote Herzen bekommen. Da sind nämlich echt viele rote Herzen drin. Mache ich alles auf dem Rückweg. Und ich sollte nicht mehr so viel Schaden nehmen. Komm, fliegen. Danke. Okay, noch eine goldene Kiste in der goldene Kiste. Alles klar, mit dem Blood Bag. HP ab. Okay. Ist nett. Ich bin Devil Deal. Kompass. Hallo. Deck of Cards. Hallo. Hallo Lampe. Hallo Du. Was macht das? Ich weiß es nicht. Hallo Soul Converger. Black Candle. Schön. Keine Flüche mehr. Steve Sale. Schön. Alles gratis. Wir haben Game Break, Leute. Oh, cool. Einfach alles mitnehmen. Das ist alles gratis, Mann. Das ist alles gratis. Oh, Smelter. Wir haben gerade einen Smelter gehabt. Oh, wie cool. Broken Stopwatch. Chaos. Oh Gott. Set Bombs. Experiment Treatment. Plant Center. Okay. Mystery Sack. Brother Bobby. Breakfast. Nein. Detonator. Little Horn. Speedball. Gappi's Tail. Dead's Key. Butt Bombs. Okay. Scatter Bombs. Necronomicon. Mums Eyeshadow. BBF. Okay. Mr. Boom. Number Two. Bobby Bomb. Book of Shadows. Mr. Mega. Mums Pet. Crystal Ball. Sticky Bombs. Head of Keeper. Boom. Rotten Meat. One Up. Wir haben ein neues Leben. Yeah. Bob's Rotten Head. Okay. Mums Razor. Dead. Okay. Neuen Leben. Squeezy Tears. Dinner. Acid Baby. Stammzellen. Stammzellen. Book of Sin. Curse of the Tower. Bob's Curse. Prince Sin. Was? Achso. Okay. Brimstone. Alles klar. Wir kriegen zu viele Items. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was liegt dir in der Gerra-Rune? Oh, ich bräuchte aber eigentlich gerade eher... Ich guck mal... Ich pass mal auf, was wir mitnehmen. Nicht, dass wir irgendwie... Undefeind finden. Ne. Es ist keine Ahnung. Gab ich's Head. Oh ne. Das ist... Nein. Das macht alles in Pillen. Nein. Okay, was nehmen wir mit? Wir nehmen Dad's Key mit, Leute. So. Alles gratis. Alles fucking gratis. Okay, ich muss mich jetzt in der nächsten Ebene beeilen eigentlich. Habe ich irgendeine Karte, die uns rausportet? Nein, ne? So, hier. Nein, nicht das Necronomicon. So, hier. Hyprists. Okay. Hier hatten wir... Joker, will ich nicht mitnehmen. Gerra, stimmt. Schade, dass wir nicht spenden können. Hermit. Hermit ist gut. Und Dad's Key, bitte. So, damit wir im nächsten... Nein, nicht Judgment. Geh weg. Judgment. So, hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, Hermit ist richtig. Oh Gott, oh Gott. So, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Wir müssen nämlich gleich einfach instant den Boss finden, beziehungsweise den Weg zum Boss gehen. Wir haben ja Karte und Kompass. Das ist also ziemlich einfach. Dann machen wir den Boss Rush und dann porten wir uns raus. Wir haben noch Mani Quills Power, stimmt. Alter. Alter. Wir haben Homing Brimstone. Mit monstrose Lunge ist das geil. Das können wir alles gleich machen. Wir müssen zum Boss. Einfach alles zerstören. Wir haben auch... Wir haben einfach eine beschissene Fire Raid, Alter. Eine überbeschissene Fire Raid, aber dafür... Wir sind OP. Guckt euch das an, Mann. What the fuck? Ist das geil? Nein, ich spreng mich hier durch. Alter. Oh, ist das dein Ernst? Oh, dein Ernst. Alter. Es ist so heavy, Alter. Nein, nicht Ace of Clubs. Hör mit. Hier runter. Danke. Justice. Einsetzen. Digga, was sind denn so viele Bomben? Fuck. Einsetzen. Wieso kriege ich denn Schaden? Von meiner Explosion. Ist meine Explosion so mega? Ich habe keine Ahnung. Alter. Ich darf keine Bomben legen. Okay, wir nehmen das Negativ mit. Gehen in den Devil Deal. Nehmen uns hier und das Shadow mit. Schöne Sache. Und hiervon nehmen wir nichts mit. Komm, nehmen wir dich mit. Machen den Boss Rush. Oh Gott, oh Gott. Warum wir übrigens Bomben legen, das liegt an Number Two. Wir haben so viele Items, ey. So, hier. Hi, Ruffin. Cool. Wo kommt denn die Treubombe her? So viel Damage. Woher kam die Bombe? Alter. Wir sind so strong. Alter, Warte, ey. Zwei Steam Cells mit Restock. Das kann halt einfach nur. Es ist halt einfach GG. Es ist halt einfach GG. Das ist ein krasser Baum. Haben wir Cursed of the Tower? Habt ihr das Gefühl? Ja. Scheiß, die Wandern. Was liegt dir denn so viel Stuff? Justice. Cool. Droppen wir Items, wenn wir? Ich hab keine Ahnung. Ich will meine... Wo ist meine Hermit-Karte? Ich nehm das mit. Mehr Damage. Hermit. Bitte. Tank Man. Devil. Empress. Stoes Bates. Hermit. Huh. Shoppen. Okay. Ja, HP. Nein. Aber wir brauchen Tuch. Da haben wir es eh nicht mehr. Ich nehm mich mit. Mit. Ich nehm mich mit. Komm, irgendein Item. Gappis Paw. Bitte gib mir Gappis Paw. Safety Pin. Oh, unsere ganzen Begleiter, Alter. Warum habe ich denn so viele Begleiter? Hier ist ne Mark. Hier ist ne Mark. Okay. Und jetzt da. Okay. Noch mehr fliegen. Wirecote Hänger. Noch mal Breakfast. Noch ein Dogknochen. Okay. Noch mal Breakfast. Ich will mir nicht so viele rote Herzchen haben. Pentagram. Cool. Gappis Paw. Danke. Dich habe ich gesucht. Black Powder. Was ist das? Mom's Pearl. Ich sehe nichts. Was ich sehe? Okay. Dark Matter. Halo Flies. Okay. Seraphine. Pay to play. Breakfast. We need to go deeper. My breakfast. Breakfast. Holy Grail. Cool. Mystic. Nein. Wir haben Mystic nur aufgesammelt. Was? Ich habe keine Ahnung, was wir für Items haben, Leute. Wir kriegen jetzt auf jeder Ebene neue Items. Was haben wir denn alles? Alter. Fuck. Wir kriegen keine Schadenfläge von Explosionen. Wir haben Promptosis. Okay. Cricket's Head haben wir auch. Wir haben Goat Head. Oh, cool. Hallo. Little Girlie. Alles klar, Leute. Gehen wir direkt in die Dark Room? Eigentlich? Nein. Ich will Hasch machen. Obwohl, was ist, wenn wir auf der Haschebene eine Scheiß-Combo bekommen? Ich habe... Och, Mann. Haben wir... Haben wir unsere... Doch. Wir haben eine Smelter genutzt. Also haben wir Curved Thorn und Cancer für immer. Emperor nehme ich mit. Wir haben jetzt auch keine zwei Trinket-Fleume mehr, ne? Wir haben immer noch Set Bombs. Wir haben Mom's Knife. Wir haben Mom's Knife. Wir haben immer noch Brimstone. Ne, das ist unser Brimstone Baby. Okay. Aber wir kriegen keinen Schaden vor Explosionen, wie es aussieht. Äh, wo ist meine Emperor-Karte? Da ist meine Emperor-Karte. Danke. Heilige Kacke! Zu viele Gegner. Äh, zu viele Items. Sachen. Nein! Meine Emperor-Karte! Leck mich! Oh, Mann. Jetzt wollte ich die Emperor-Karte haben und dann... Oh, Mann. Was haben wir jetzt? Wir haben Edens Blessing. Alter! Was haben wir denn für Items? What? Wir haben Polyphemus. Eigentlich wenig Dämpen. Wir haben... Haben wir Ludovico? Nee, wir haben kein Ludovico, oder? Wir haben Laser, ja. Laser und geil. Wieso haben wir... Wieso haben wir... ...einen Laser, der hier... Hä? Jetzt bin ich dumm. Wieso haben wir einen riesigen Laser, der... ...hier rumschwirrt? Wir haben Toxic-Schock. Oder? Wir haben das Item, was Geheimräume und so ansagt. Cool. Und wir haben... ...noch andere Items. Alter. Ich bin verwirrt. Wir sind unsichtbar für Gegner, wie es aussieht. Oh, Gott. Was haben wir denn für Items, Mann? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Ah, ja. Ich nehme da jetzt Key mit. Wir wollen Mega-Satan machen. Haha. Oh, Mann. Was haben wir jetzt? Oh, Gott. Oh, Gott, haben wir Scheißdrehen. Oh, Gott, haben wir Scheißdrehen. Aber wir haben einen Triple-Shot. Cool. Wir haben kaum noch Items, was? Okay, Leute, ich glaube, wir machen keinen Hasch. Wir haben Triple-Shots, Boon-Bender, ein bisschen Damage ab und mehr nichts. Ja, gut, wir haben noch Gabi's... Okay, wir haben auch noch Judas' Shadow. Das heißt, wir könnten als Judas wiederkehren. Aua. Das ist halt das Problem, wenn man Missing-No-Au hebt. Ich hoffe, der bleibt nicht für den nächsten Run, Alter. Oh, Mann. Wir haben Missing-No-Au aufgehoben. Genau vor dem Item hatte ich nämlich Angst. Darüber hatte ich Angst. Das wollte ich nicht bekommen. Aber unsere zwei Steam-Sales bleiben jetzt auf ewig erhalten, oder nicht? Und wenn Restock auch noch... Wir haben keinen Restock mehr. Ich will keinen Hasch machen. Ich will keinen Hasch machen. Nein, will ich nicht. Okay, jetzt behalten wir unsere Items. Okay, wir können keine weiteren Items mehr bekommen, Leute. Ach, Kacke. Aber wir sind noch Gabi, also Gabi regelt. Gabi regelt, also ist alles okay. Wir haben so viel verdammte Herzen, Alter. What? Ei, ei, ei. Das ist schon krass, ey. Das ist schon krass. Der Deal? Schade. So, hier, Bombsacki. Wow. Bombsacki. Yeah. Aua. Mach mir doch keinen Schaden, ey. Mach mir doch keinen Schaden, du Arsch. Läuft. Okay. Der Run hat mal übel geil angefangen, Alter. Game Break. Game Break. Ich weiß, wie ich diesen Part nennen kann, ey. Ohne Witz. Ich kann ihn einfach Game Break nennen. Das reicht. Ey. Pop mich doch nicht weg. Oh Gott. Einfach Game Break nennen. Game Break ist ein cooler Part. Aber alles in Caps geschrieben, weil... Game Break. So geil. Woo. Wisst ihr? Ausnahmsweise schreibe ich mal einen Titel in Caps Lock. Habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Gabi regelt, Alter. Gabi rettet uns gerade noch. Dass wir Gabi sind und dass wir... Beziehungsweise, äh, so fast alle... So viele... Verschiedene... Äh... Verwandlungen haben. Leviathan. Ich weiß nicht, ob wir Seraphim geworden sind. Leviathan. Gapi. Fun Guy. Welzebub. Äh... Spun haben wir, glaube ich, auch. Bookworm haben wir bestimmt auch. Irgendwann hatte ich gerade noch im Sinn. Ich weiß nicht mehr welche. Okay. Erstmal Megasatan Tür öffnen. Also ich glaube, das war es dann noch mit der... Das war die letzte Run-Wiederholung erstmal, Leute. Wir machen das so tief und wann anders. Wir versuchen dann kein Game Break zu machen. Weil... Das ist halt dumm. Wenn wir jetzt... Wir haben dann keine Items mehr. Äh... Äh... Und es werden sogar uns nach Items weggenommen. Das heißt, es wäre ein ganz normaler Run. Außerdem könnte ich sonst kein Megasatan machen. Ich mag Megasatan machen. Megasatan machen ist toll. Wir haben Devil und Monstrous 2s. Das heißt, wir könnten Megasatan ganz gut hinkriegen. Und dann seht ihr auch endlich mal Megasatan, ne? Ja, gut. Massive Enemy Damage. Ja, gut. Machen wir. Wow, wir haben kein Damage gemacht. Aua. Komm, nice. Kiste? Keine Kiste. Manu, das ist wie eine Kiste. Wow, war das Damage. Wuhu. Okay, komm. Gib mir noch ein Steam Sale. Triple Steam Sale. Sale. Ich weiß nicht, ob das noch behalten bleibt. Eigentlich bleibt das gespeichert, dass wir Triple Steam Sale hatten. Steam Sale. So. Eigentlich bleibt das erhalten. Hier. Briss meine Kacke. Okay, komm. Komm. Nein. Komm. Komm. Der dürfte gleich besiegt sein. Durch Spinnen. Na ja, fliegen meine ich. Aber wir haben auch kein Hyphen Mind mehr, ne? Manu. Keine OP Guppy Dings mehr. M. Keine OP Guppy Fliegen mehr. So, das war das Wort. Ah. Monstro regelt. Ja, Monstros Zahnbeschwört. Monstro. Wer jetzt erwartet. Zack. Oh, die Bohne. Jetzt kommen jetzt, glaube ich, nur noch Space Items, ne? Ich glaube, es kommen nur noch Space Items. Ähm. Breakfast nehmen wir ganz am Ende mit, weil das füllt nochmal unsere Leben ganz komplett auf. Prayer Card. Wow. Nehme ich auch nicht mit. Mann. Es kommen nur noch Space Items, glaube ich. Wir haben keine... Andere Items können wir, glaube ich, nicht mehr kriegen. Weil wir sonst alle Items hatten. Bin ich der Meinung. Wir kriegen ja auch keine Items mehr auf neuen Ebenen, deswegen. Äh. Reroll Enemies. Ne, das machen wir nicht. Die droppen uns ein blaues Herzchen, oder? Eigentlich drücken die uns ein blaues Herzchen, droppen. Juhu. Krass. Wir brauchen aber kein blaues Herzchen mehr, fällt mir gerade auf. Toi. Äh. Vielleicht droppt der uns eine Joker-Karte? Nein, keine Joker. Sun. Auch nett. Wir sind wieder vollgeheult. Und wissen, wo wir lang müssen. Aber ich will eh die komplette Ebene abchecken. Also von daher. Wieso bleibt der da oben nur stehen? Der da kann nicht mehr stehen. Okay. Zeit zurückdrehen. Yeah. Er. Haha. Nur damit ich Monstruzahn wieder mitnehmen kann. Nicht den Raum ohne meinen Monstruzahn machen muss. Oh. Okay. Wo ist der Geheimraum? Da hinten. Okay. Hallo Pokeboy. Moin. Ja, damit könnten wir uns ein Pokémon catchen. Also einen Gegner fangen, den dann freilassen. Irgendwann. Dann macht der Damage. Bis er halt stirbt. Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Gibt einen Shot Speed und erhöht unsere... Ich habe keine Ahnung. Ach, der ändert unsere Stats? Der ändert unsere Stats. Ich will das Item haben. Ich will das Item wieder haben. Gib mir das Item wieder. Ich gebe da uns mega viel Damage oder mega viel Tears ab. Das wäre nice. Ich will das Item. Gib mir das Item. Hä? Oh, die haben Raum geswitcht. Die haben Räume geswitcht. Nein. Oh, wo ist denn das jetzt? Immer noch nicht? Äh, jetzt? Irgendwo? Komm schon. Ich will mein Item wieder haben. Nein, das ist die Bohne. Ist der Pokéball. Ist der Teleporter. Ist das jetzt da ganz oben? Hier ist Monstros Zahn. Ja, gut. Äh, wo ist das Item? Oder kann man das nur einmal einsetzen? Nee, oder? Glaub nicht. Einmal eins, zwei, drei, vier. Okay, so viele Items. Hier sind auch noch welche. Ich will mein Item wieder haben. Wo ist es? Ist es hier? Hier ist Dad's Key. Okay. Alter. Jetzt mal ehrlich. Girls of the Mace halt, ne? Pillen. Brauche ich nicht. Hier? Immer noch nicht. Aber weiter oben ist es auch nicht mehr. Genau. Okay, was war hier? A breakfast. Genau. Hier ist Poop. Hier ist das. Hier ist der Pokéball. Sprayer-Card. Ah! Hi. Okay. Alles gut, Leute. Das hat sich alles wieder zum Guten gewendet. Ja, dann können wir vor allem Mega-Satan nochmal unsere Steps verändern, wahrscheinlich. Nochmal ein paar Fliegen, Spinde schwirren, die jetzt erstmal so Lamp killen. Danach aber nicht vergessen, nochmal ein Eindrücken. Bisschen mit dem Messer im Arsch arbeiten. Dass wir nicht getroffen wurden. What? Habe ich das denn geschafft? Komm, mit dem Messer. Ja. No. Wir wollen nicht weitermachen. Wir wollen jetzt genau den hier noch besiegen. Bitte gib mir gleich Fire Raid, Alter. What the fuck? Gib mir gleich Fire Raid. Okay, wir können noch den super geheimen Raum suchen. Können auch noch Gegner drin sein, die uns eine Aufladung geben. Eine Batterie haben wir auch noch. Also von daher ist noch alles okay, sag ich mal. Hier könnte der noch sein. Hier könnte er sein. Hier könnte er irgendwo sein. Ich weiß nicht, hier. Ja, okay. Boah, Kackhaufen. Dein Ernst? Okay, dann können wir nur noch mit der Batterie einmal rerollen, Leute. Einmal. Einmal können wir rerollen. Rerollen. Moment. Wir rerollen einmal mit der Batterie. Ey. Nein. Nein, lass mich... Nein! Ja, es ist noch da. Okay. Ähm. Zack. Wo ist die Batterie hin? Oh, dein Ernst? Ja, ein bisschen Short Speed down. Damage up. Äh, ich meine Range down. Von Pils. Smaller Ranger. Ist okay. Und jetzt können wir noch einmal, ich glaube, den Teleporter einsetzen, damit wir noch einen Devil Deal bekommen. Und der Teleporter ist an sich auch ein nettes Item. Machen wir jetzt. Hoff Babylon und Razor Blade. Ähm. Können wir den Razor Blade mitnehmen? Weil der... Damit können wir uns halt Damage boosten, aber... Ist halt dumm. Den mitnehmen zu wollen. Nehmen wir lieber das mit. Okay, jetzt füllt doch nicht unsere Herzen auf. Alles klar, scheiße. Der will einsetzen. Weil, da geht's. Versuchen wir Mega-Sarter, Leute. Dieser Part geht mir schon zu lange, ey. Ich wollte den eigentlich schon lange fertig haben, damit der nicht mehr zu lange braucht, um zu rendern und dann hochzuladen. Okay, hochladen dauert nicht lange. Aber, wenn der jetzt eine Stunde rendert, ist ein bisschen durch. Obwohl doch, klar. Geht voll klar. Geht voll klar. Komm, erst mal das besiegen, genau. Oh Gott, zwei dieser Treubomben. Ja, aber das dürften wir eigentlich schaffen. Eigentlich dürften wir das schaffen. Oh Gott. Ihn hier zu besiegen, ist halt auch übel anstrengend. Und ich glaube, wir haben die Blankard nicht freigeschalten, Leute. Ich glaube, wir haben die Blankard noch nicht. Wir haben so eine scheiß Fire Raid. So eine scheiß Fire Raid. Oh Gott, ersetzt der Brimstone ein. Stimmt. Oh, ich habe so lange kein Mega-Sarter mehr gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, was der alles drauf hat. Ich weiß gar nicht mehr, was der alles drauf hat. Okay, jetzt macht er erst mal den Angriff, okay. Okay, die Hand ist besiegt. Okay, wir haben ihn gleich in seiner zweiten Form, glaube ich. Ja, wir haben ihn in seiner zweiten Form. Alles klar. Und die Bomb ist eigentlich einfacher, würde ich jetzt mal meinen. Können wir noch mal ein paar Bomben zum Pressen geben. Oder auch nicht. Oh Gott, nicht mit eigenen Bomben treppen. Gut, Gott. Wir haben ihn. Nice. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Void-Portal zu bekommen, aber haben wir nicht. Okay, schade. Puh. Wir haben ihn. Wir haben sie Mega-Satan gemacht. Mit Napoleon. Nein, haben wir nicht. Wie immer haben wir Mega-Satan gerade gemacht. Ach, das wird ja nicht gespeichert. Stimmt. Oh Mann, stimmt. Kacke. Oh, schade. Hätten wir ihn gar nicht machen müssen. Okay, Leute. Windstreak wird auch nicht gespeichert. Scheiße, stimmt. Ist ja mies. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei DAS nächstes Mal wieder. Haut rein.